So nett, wenn man halt, so wie bei einem Kartoffeldruck in der Schule. In der Wartelstunde, rau und rund, da was Gehekeltes, was Gestrinktes, so mit Fransen. So heute wird man das Schick und Trendy nennen, so a la Yamamoto oder so. Nein, so mit Löchern drin, zersetzt. Es ist in wunderbaren modischen Farben. Grau. Ganz schick. Dann der Kopfschmuck. Meine Damen und Herren, diesen Winter ganz stark im Pelz mit Ohren. Pelz total gefahren. Und dann ist das dezente Straßenmeckab, diese Tarnfahrt. Und dann diese hohen Schuhe. Und dann hätte ich mich da hingestellt und gesungen. Mondlich, schau ihn mal wieder, Mondlich. Es gäbe es heute nicht, dass ich nie die Rolle gespielt habe. Was hat gehört, was kannst du? Bis jetzt vielleicht. Bist du da? Ich verlasse dich, der Kuppeltraum und den Blick. Okay. Herr Kopfschmecken.